Und abschließend spricht Norbert zu uns. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin ja jetzt in der Situation noch nicht ganz Abgeordneter zu sein, aber in absehbarer Zeit sehr wahrscheinlich und dreimal bereits so etwas in der Form unterschrieben zu haben. Nämlich 2008 die Verpflichtung Mandatsträgerspende, da bin ich nachgekommen, der Matthias Osterbrock jetzt schon die Einzugsermächtigung hat. Ich habe noch nicht mal ein Mandat, aber er könnte jetzt eigentlich schon einziehen. Hat auch was mit Vertrauen zu tun, ich glaube, er macht es mir einfach nicht. Zweitens, als Jugendverband 2008 gefragt wurde, wollt ihr für diesen vorderen Pool der Liste zwei Kandidaten oder einige Kandidaten nominieren und der Jugendverband nach einiger Diskussion gesagt hat, ja, wir wollen, kam die Initiative von Katja Dahme und mir, die damals gesagt haben, sie stehen zur Verfügung, gesagt haben, wenn das der Jugendverband macht, dann wollen wir klar wissen, was von uns eigentlich erwartet wird und was wir auch zurückgeben können. Wir haben damals was beschlossen, auf das wir beide verpflichtet sind, was für mich jetzt auch gilt, wenn ich sozusagen in den nächsten Wochen nachgerückt sein sollte, das ist viel härter, als was hier alles diskutiert wird. Das ist viel härter, als was hier alles diskutiert wird. Und das sind Sachen, die haben mit der Freiheit des Mandats überhaupt nichts zu tun, aber mit den Ansprüchen von demokratischen Organisationen an ihre Repräsentanz. An ihre Repräsentanz. Und das dritte Mal war jetzt zu den Bundestagswahlen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt in dem Gespräch mit Andrea Julige über die Erwartungen und die Anforderungen, als ich auch dieses Papier wie Diana, wie Harald, wie Thomas, andere auch unterschrieben haben, weil für mich klar war, was an mich erwartet wird, sodass man da ziehen sollte und ich gleichzeitig auch sagen konnte, was ich glaube, was geht, was nicht geht, wie ich mir das vorstelle. Genau diese Form auch von Vorbereitung von Kandidatinnen und Kandidaten vor Wahlen und vor dem, was folgt, ist glaube ich elementar und sie ist dringend notwendig für einen Demokratisierungsprozess der Partei. Und jetzt wiederhole ich was, was verliegend schon gesagt wurde, aber ich finde es tatsächlich wichtig. Es reicht nicht zu sagen, was alles Selbstverständlichkeiten sind. Wir dachten alle, dass es selbstverständlich sei, dass Ministerinnen und Minister auf ihre Mandate verzichten werden. Das dachten Ministerinnen und Minister nicht. Darüber lässt sich trefflich streiten, aber es war offenbar eben nicht selbstverständlich. Da gab es offenbar ein Missverständnis. So etwas möchte man vor Wahlen in Zukunft bitte vorher erklären. Wir dachten alle, dass es selbstverständlich ist, dass man MFS-Bestandteile in der eigenen Biografie offenlegt. Weil das offenbar nicht allen so klar war und es auch da Missverständnisse gegeben hat, weil das vorher nicht nochmal besprochen wurde, hat das dazu geführt, dass persönliche Existenzen zerbrochen sind nach den Landtagswahlen. Das muss man mal so sagen, weil was passiert ist, womit niemand gerechnet hat, weil vorher einfach nicht darüber geredet wurde. In der Konsequenz haben wir jetzt einen fraktionslosen Abgeordneten im Brandenburger Landtag sitzen. Das hätte man vielleicht vermeiden können, wenn man vorher dieses Gespräch geführt hätte und es davor eine klare, transparente Beschlusslage gegeben hätte. Und ich weiß aus dem Landesvorstand, aus dem, was wir dann in den geschlossenen Sitzungen, ich komme zum Schluss, immer machen müssen, natürlich die Diskussion, die Matthias Osterburg sehr hart und auch sehr solidarisch um die Mandatsträgerbeiträge führt und welche Diskussionen das auf Kreisebene sind mit Wahlbeamten, mit Abgeordneten aller Arten der Landespartei. Das ist eben auch nicht immer überall selbstverständlich, weil da geht es um das liebe Geld. Und ich finde, auch da sind die Erwartungen der Partei, was man sich konkret vorstellt, im Dialog mit Kandidatinnen und Kandidaten zu lösen. Dafür ist dieser Beschluss enorm nützlich. Und ich habe mich als jemand, der schon mehrfach kandidiert hat, auch damit immer sehr wohl gefühlt, wenn genau das auch von mir erwartet wurde. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.